Und hier ist mein Lied darüber. Seh ich ne Kiste, halt ich an, um nachzuschauen, was drin ist. Vielleicht ist es ne Waffe oder ne Rüstung, und nein, es ist nur Mist. Doch selbst Mist hält mich nicht davon ab, zu schauen, was in der nächsten Kiste ist. Und so geht's weiter die ganze Zeit, I simply cannot resist. Seh ich nen Gegner, renn ich schnell hin, um ihn kurz und klein zu hauen. Könnt ja sein, dass er was Cooles dabei hat, was sich für mich lohnt zu klauen. Außerdem krieg ich Erfahrungspunkte, für jeden erlegten Clown. Mein Menschen muss schließlich stark werden und ohne XP geht das kaum. Looten und leveln. Das muss drin sein, in nem Spiel, auch mit öder Story und hässlicher Grafik für mich noch ein guter Deal. Ich steh auf den Moment, wenn nachgetaner Arbeit aufblockt, level ab und ich im Skill-Menü die Qual der Wahl hab. Zu Beute und Erfahrung sag ich grundsätzlich ja bitte, selbst wenn ich schon der Held im Zelt bin und Standard-Mods one-hitte. Looten und leveln. Das gehört einfach dazu, die meisten Spiele ohne sind für mich nur feuchter Schmuh.